Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos Die Helferautos fahren aus ihren Garagen raus. So viele Fahrzeuge, haben sie alle zu tun? Schau mal, der Kipplaster lädt farbige Blöcke ab. Die Helferautos werden heute ein Labyrinth bauen. Der Kranwagen hebt die Blöcke an und baut eine Mauer. Der Bagger knippt in den Gängen des Labyrinthlöchern. Der Kipplaster hat eine Ampel gebracht. Der Kranwagen hebt sie aus dem Ladekasten und setzt sie an ihren Platz. Und wer kommt da? Aha, das ist der Gabelstapler. Er hat ein Sprungbrett gebracht. Damit man über das Loch springen kann. Das war der letzte Block. Fertig. Sollen wir uns das Labyrinth mal von oben ansehen? Wow. Und für wen haben sie dieses Labyrinth gebaut? Für die kleinen Autos. Der Transporter hat sie auch schon gebracht. Ab an die Startlinie. Rot, Gelb, Grün. Los geht's, Autos. Das rote Auto ist nach rechts gefahren. Das gelbe und das viele Auto nach links. Das gelbe Auto denkt, dass es da lang geht. Und das wieder Auto wäre fast in das Loch gefallen, das der Bagger gegraben hat. Sag, Klasse. Du musst wieder umdrehen. Oh, noch ein Loch. Ihr müsst einen anderen Weg finden. Neben dem Busch ist ein roter Knopf. Drück drauf, kleines Auto. Die Wand öffnet sich. Du kannst weiterfahren. Das rote Auto drückt auf den Knopf und die Wand verschließt sich wieder. Das lila Auto fährt auf das Sprungbrett. Wow, seht euch das an. Möchtest du durch das Loch in der Wand fahren? Es klappt nicht. Das Auto steckt fest. Gelbes Auto. Du musst Hilfe rufen. Aber um Hilfe zu holen, musst du erst den Ausgang des Labyrinths finden. Ihr habt es geschafft. Kranwagen, das lila Auto steckt in Schwierigkeiten. Kannst du ihm bitte helfen? Der Kranwagen wird das lila Auto retten. Na also, alle Autos haben es aus dem Labyrinth geschafft. Dieses Labyrinth ist wirklich toll geworden. Danke, dass ihr es gebaut habt, Helferautos. Jetzt könnt ihr euch in euren Garagen ausruhen. Bis zum nächsten Mal. Helferautos Ein pack ist auf parfum. meu Drogenowados Und auch nach wie du kriegefeierst. Das Thema ist wirklich toll. 코넘